Muslime haben freie Gebete und Pflichtgebete. Diese verrichten sie in der Moschee oder an anderen Orten. Die freien Gebete heißen die Ua, das bedeutet Bittgebet. Mit ihnen können Muslime Allah um etwas bitten oder ihm besonders danken. Dafür suchen sie sich einen passenden Text aus dem Koran oder beten mit eigenen Worten, was ihnen durch den Kopf geht.